Du verstehst, was ich vor hab? Ja, graust Schlimmes. Nein, nicht schlimm, ne? Von außen sieht es erst mal noch nichts aus. Nach nichts, genau. Von innen sieht es noch viel weniger aus. Oh, guck, das ist doch viel besser. Oh, cool. Wir haben ein wenig Platz, kurz, bis wir uns angucken, was wir bekommen haben. Ein Biolub, Osmium. Biologie und Chemielabor ermöglicht das Herstellen von Biorezepten. Ja, das ist ganz toll, das ist auch ganz wichtig. Warte mal. Den Rest haben wir aber alles gebaut, ne? Wir haben Pflanzenröhre fehlt. Ne, das war ganz wichtig. Mit den Pflanzenröhren haben wir drei. Wir haben die Bohrstufe drei aufgebaut. Wir haben Strom haben wir, Strom haben wir, Heizung haben wir auch drei aufgebaut. Das haben wir oben. Erzreaktoren brauchen wir Ausmium. Startrampe könnte man jetzt bauen. Dann kriegen wir auf jeden Fall wesentlich mehr Unterstützung. Aber dazu müsste ich wieder looten gehen. Und ich habe keine Raketenteile gelootet, was sonst immer mein Massrum lag. Genauso wie Lörnersamen lagen sonst immer ein Massrum. Da hatte ich jetzt schon sechs oder sieben Stück. Hier haben wir gar keine Sorgen, die haben wir nur noch unterwegs. So, um den Kletterer weit hinten wegzuräumen. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Gucken wir mal, was wir jetzt alles hier rein kriegen. Wir brauchen Uran, einen Schrank. Und wir brauchen einen Schrank für Süperleck. Genau. Aber du, wenn ich mit solchen dummen Sprüchen einmal anfange wie Süperleck, dann mache ich das auch weiter. Und wir brauchen einen Schrank für Schwefel. Der haben wir da vorne auch schon wieder aufgeräumt. Es regnet schon wieder. Nice! Oh, ne, cool. Bitteschön. Schrank bauen. Wir brauchen später auch noch mehr Schränke. Und doch mal Schrank bauen. Wir machen das so lange, bis du das kannst. Schwefel. Schreiben dauert bei mir ein bisschen länger. Nicht, weil ich alt bin, sondern weil das Mikrofon direkt davor klemmt. Dann warum? Ja, kann ich leider nicht. Ich habe keine Mikrofonspinne, kann ich mir ja nicht leisten. Und damit muss ich das alles ein bisschen anders bauen auf meinem Schreibtisch. Da fehlt mir dann der Platz. Apropos Regen. Da können wir hier auch mal wieder reinpassen. Kommen die mal alle raus. Da haben wir dann... Achso, wir haben ja keinen Platz hier drin. Ja. Haben wir nochmal drei... Eisenküste leer. Eisenküste leer. Eisenküste leer. Da. Einfach das alles reingeschmissen. Genau. Und dann noch mal Essen und Trinken da. Warte Luxus. Wir haben Essen, wir haben Trinken. Wir haben blauen Himmel. Wir haben... Das sieht schon richtig cool aus jetzt nur hier. Wie weggewaschen der Dreck. Ich will doch mal ganz schnell reingucken. Was haben wir denn? Terraforming. Aktuelle Stufe. Wassertröpfchen. 2,6 Prozent. Nächste Stufe ist... Guck, 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 guck! Und deswegen sind wir einigermaßen... Wir sind leer. Das ist bewohlen, dass das leer ist. Noch nicht zu sehen. Und dann vergesse ich es wieder. Dann schwimm mal weg. Nee, schwimm nicht. So, wir rennen jetzt mal da runter. Eis könnten wir noch mitnehmen. Aber da haben wir ja nicht so viel Platz. Ich muss dann irgendwann doch mal eine extra Kiste machen. Direkt für Weltraumnahrung. Es wird schon wieder dunkel, ne? Der ist leer. Der ist leer geblieben. Das passt. Dann ist der auch leer. Dann müssen wir die beiden noch leer machen. Ja, aber wir brauchen es oben. Wir haben es gesehen. Die Ressourcen gerade mit Eisen ging zur Neige. Das sieht mal richtig cool aus jetzt. Das ist fein. Gefällt mir. Hätten wir nicht so viele Wände da drin, würde das noch geiler aussehen. Oh, das Rot da hinten, das will ich alles... Apropos Rot, wir haben immer noch nicht gelootet. Ah, miese Kiste. Der Bohrer steht bestimmt schon still. Wald überfüllt. Und damit bringt er uns nichts. Sili. 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 Magnesium. Kobold. Und Kladratak. Wir haben es. Latschmal zum Bohrer. Da oben war noch Rot. Nice. Nimm mal alles raus. Naja, gut, ist egal, ne. Wir nehmen einfach nur irgendwas hier unterwegs mit. Das ist ja mal ein bisschen aufgewandert. Okay, steckt im Felsen. Buggy. Ist aber nicht so schlimm. Wenn das mal nur eins ist. Hm, das Grün irritiert jetzt gerade ein bisschen. Wenn ich reinkomme. In die Basis. Daran brauche ich viel. Sili. Schön Magnesium. Das ist richtig gut. Kobold haben wir mal ein bisschen. Sili. Und Iridium auch wieder. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Können wir uns einen zweiten Staub bauen. Und damit könnten wir sogar Superlek Raketentriebwerk bauen. Nochmal. 4 Uran, 2 Superlek. So hatte ich ja alles schon weggepackt. und ein Titan. 1, 2, 3, 4. Iridium Stab. Und Superlek. Dann bauen wir uns mal ein Raketentriebwerk. Noch ein Raketentriebwerk. Und ein Jetpack. Jetpack ziehen wir an. Stufe 1. Klima an der Decke. Ja, natürlich muss ich das hier drin ausprobieren. Ja, 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 ja. Schwacker. Ja. Das haben wir immer noch nicht mitgebracht. Okay, aber wir haben einen Chip. Den wir einfach mal lernen können. Abbaugeschwindigkeit 3. Uuuuh. Da freit er sich. Superlek. Superlek Sili Alu. Hammer. Hammer. Superlek Sili Alu. Na, das letzte. Können wir aber auch Farmen gehen. Halt. Nicht da. Ja, wir haben schon lange keinen Wind mehr. Abbaugeschwindigkeit 3. Dann lassen wir die drin. Ach, so wie Superlek Sili Alu. Das war auch so eine Sache. Ey, ich komme hier zu gar nichts mehr. Wir holen dort noch die guten Sachen raus. Einmal müssen wir mindestens laufen. Ach so, hier komm. Flieg. 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 Das geht schneller. Das hält ewig. Hiervon brauchen wir alles. Dann haben wir hier noch ein bisschen drin. Wir können den Kletterer Deutschland danach auch noch holen. Ja. Genau. Dann kann ich auch einen Schluck Kaffee unterwegs nehmen. Ja, hallo. Das macht Spaß. Das gefällt mir hier am Eingang nicht so. Dadurch, dass hier wahrscheinlich nicht alles voll ist. Gut, was hatten wir mit. Wir hatten... Wir hatten... Warten waren dabei. Jawohl. Zwei Stück. Wir hatten einen Haufen Alu dabei. Wie viel machst du denn? 200 Prozent. Haben wir hier schon alles voll? Nö. Wir könnten natürlich auch draußen mehr hinstellen von den Dinger. Na, die machen doch viel mehr wie die hier drin. Eher eins gefunden. Fünf. Ja. Nicht Schwachkopf. Silizium haben wir. Magnesium haben wir. Da stellen wir da draußen nochmal zwei, drei hier hin. Was auch mal auf. Was war es noch? Drei Alu, drei Magnesium. Lass mal das aus mal wegpacken. Hier können wir auch noch einen Schrank hinstellen, ne? Ich will gerade hier die Nahrung eintatschen. Das machen wir dann auch. Einen für Weltraumnahrung, einen für Eis. Bab. Jawohl. Jute Idee. Finde ich toll, dass du mir so gute Ideen beibringst. Das kannst du so beibehalten. Dankeschön. Ähm. Wir brauchen noch zwei Olu und drei Magnesium. Ja, der Olu war lange der letzte hinten in der Reihe. Hammer. Dann brauchen wir noch Wasser und dann brauchen wir drei von den größten. 200. 150. 300. Ähm. Passt. Wackelt. Hat keine Luft. Nehmen wir alle mit. So, die können wir nicht wegen Lörmersamen. Aber die können wir hier hinstellen. Packen wir den da rein. Wenn wir Lörmersamen haben, brauchen wir die anderen. Genau. Packen wir den da rein. Ja, für jetzt ganz ordentlich ordnen habe ich gerade keinen Bock. Neu. 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 Du regst mich hier nur auf. Hier passt es doch bestimmt eher her. Hier drunter. Direkt vor den Eingang klatschen, damit ich mich noch mehr aufrege. Oh, erst mal. Erst mal. Wir wollten. Hammer soweit leer. Hammer soweit Eisen da. Eins. Zwei. Drei. Nicht zu viel parallel machen. Nahrung. Kann die Weltraumnahrung sein. Und dann ist das hier Eis. Eis. Eisbein. Und dann packen wir das Eis hier wieder rein. Ein bisschen mehr Platz in den Kisten. Der da hin. Superlag. Kommt hier hin. Da haben wir mal wieder eins. Wie gesagt, müssen wir dann fahren. Sind noch nicht fertig. Aber fast fertig. 92%. Alle gleichmäßig. Fein. Schon wieder eins da. Nein. Dann laschen wir das. Können wir mehr wegschleppen. Jetzt holen wir den Rest. Dort drüben gibt es auch noch Superlag. Hm. Jetzt habe ich nichts zu essen mitgenommen. Aber hier haben wir. Denn aus dem Rest können wir uns doch sicherlich. Titan. Titan. Drei Eisen. Und Asili. Passt das? Ja. Passt. So. Wieso baue ich mir das hier auf? Damit ich es wieder mitnehmen kann. Haha. Ja. Wir rennen nochmal hier rein. Es ist nämlich noch helle. Da sehen wir vielleicht noch ein bisschen was. Ja. Wollen wir mal. Hier noch nicht. Äh. Ja. Hallo. Ne. 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 Das rechnet schon wieder. Geht es da drüben raus? Ne. Doch hier geht es raus. Genau. Da war das Startschiff. Ne. Ne.